Warnung, dieses Video ist unter ab 12 nicht geeignet. Seriously. Yo Leute, es geht ab und herzlich willkommen zu der Creepy WXE, eine Lost Episode Creepypasta Horror Game. Luigi Kid hat auch mal dieses, ähm, der, der Creepy WXE durchgespielt und das war echt krasseste Bilder passiert hier. Ich bläde euch so später ein paar Videos ein hier. Also von hier oben und von hier unten. Dieser Kanal wird von Luigi Kid bald unterstützt und zwar, der will eine, fast eine Million Abonnenten knacken. In einem Monat und zwar richtig voll, okay? Okay, aber jetzt, let's start this game, shall we? Ja, jetzt ist schon viel besser. Jetzt müssen wir mal gucken auf die FPS Anzahl. The Amazing World for Gumbo, Episode Zero, The Creepy. Der Entwickler hat nicht gedacht, dass es auch dieses Video eingefügt hat hier. Aber das ist echt nur wirklich so, oder ist das nur normal? Oder was meint ihr? Schreibt eine Meinung in die Kommentare, was ihr vor erhält hier, weil das ist auch das allererste Episode von der Creepypasta Horror Game hier. Jetzt ist hoffentlich, das ist besser. Jawoll, jetzt ist es besser. You are the gambo task. Upside the look around for the very last time. Also Luigi Kid hatte schon mal das Spiel durchgespielt und hat auch so krasseste Bilder passiert hier. Also ehrlich mal, das ist echt wirklich Jumpscare hochtausend. Ähm, hoffentlich, dass es auch für den Try-To-Not-Scary-Challenge geht hier. Das wird richtig, richtig Jumpscare-mäßiges, okay? Ich weiß es nicht, ob der noch der Gambo Jumpscare kommt hier. Also ich weiß es jetzt wirklich gar nichts davon, okay? Okay? Was ist da los hier? Äh, okay? Was ist jetzt los? Äh, hallo? Hallo? What the fuck? What the fuck? Okay. First what the fuck? Okay, what the fuck? What the fuck? Why? Why? Äh, ich glaube, das ist ein bisschen zu dunkel hier. Laugh to click the loud. Task. Keep at the click. More, more loud here. So try to loud. Okay, Leute. Das ist ein bisschen scary hier. Okay. Ja, so, das ist das, ähm, auch der Last Episode von, ähm, der Grievi. Ihr könnt ruhig als, äh, als YouTube-Video vorbeischauen. Äh, ich zeige euch kurz, ich sage, im spätere Episode zum, äh, der Grievi in der EXE. Also so eine Art Lost Episode der EXE. Ja. Aber das ist auch nicht mal gewesen sein hier, weil das ist auch der, äh, Lost Episode von der Grievi in der EXE. Äh, ja. Dieses Video heute wird gesponsert von unserer guten alten OBS. OBS ist ein, ein Programm für Aufnehmen und zu Streamen geeignet. Ihr downloadet runter. Die ist kostenlos. Link in der Videobeschreibung und macht coole Aufnahme und gleichzeitig auch die Special Effects. Und, schauen wir bei der Link vorbei und habt euer Spaß. Und jetzt geht's weiter. Ähm, Task. You watch the TV and keep the trying. Äh, ich muss weiter drücken. Ich muss weiter drücken. Ich muss weiter drücken. Okay, okay. Okay, was passiert jetzt? Äh, ich habe jetzt genau 59, 54 FPS. Jetzt 58. 53 jetzt. Äh, okay. Ich, ich mach weiter. Ich mach weiter. Ich mach weiter. Hoffentlich kommt der Czatzke. Okay? Hoffentlich kommt der Czatzke. Okay, was ist das hier? Ah, wir sind jetzt in einem Büro. Und wir spielen jetzt die... You are the Pindo. Taz. You talk to, ah, the... Wiberschen about this kid was gone. Ah, ja, ja, ja. Könnte ein bisschen dauern. Häufig habe ich 60 FPS, Leute. Entschuldigung, der ganze Grafik hier. Nein, ich kann es sich leider nicht ändern, ja. Tut mir leid dafür. Dafür gibt es ein... Sorry. Sorry, Leute. Ähm, ja. Wo war ich? Ah, ja. Und es wird auch heute nochmal gesponsert von unseren guten alten, ähm, ja. Ja, heute gibt es da... Heute habt ihr euch ein kleines... Ja. Heute wird es gesponsert von unseren guten alten... OBS und OBS Stream Opels. Du kannst mit diesem Stream Opis... So eine Art, ähm, Spender einfügen. Und einen Spender, wie bei den anderen Leuten auch gemacht haben, ähm, und... Na, so weiter hier. Und... Link in the description below. Kopfkart, Kosten und Mühe gescheuert, okay? Okay, jetzt gehen wir. You are the cops. Tast. Find the bee, sing the chilling. Habe ich eine Aschenlampe hier, oder was ist das? Drücke ich mal C? Nee. Okay. Nein, wir sind jetzt in meiner Polizeiauto. Alles klar, alles klar, Leute, alles klar. Aber warum ist denn der Ausbild 3D? Äh. Ich glaube, ich glaube mal lieber die Rand voll. Äh, ja, jetzt... Ich glaube, ich glaube mal lieber dahin. Okay? Was ist das jetzt? Hoffentlich macht er nicht was an meinem Computer. Das ist mein allerhöchstens... Mein Main Computer hier. Ich benutze Windows 10 1909. Und anderer Seite ist Linux drauf. Der Linux, den ich mir nutze. Oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Jobska Control. 3, 2, 1. Jobscare! Jobscare! Wow. Alter. Oh. Jetzt haben wir eine gefüllte. Wir gehen weiter. wackelt das bild oder ist das normal oder was meint ihr schreibt mir mal in die kommentare weil der creepy da jetzt ist ein richtig gutes horror game für warte warte ich gehe kurz an die rand und zu gucken ob der noch bäume sind vielleicht laufe ich ein bisschen falsch hier ok 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 wir sind jetzt im dunkeln oder ob ich kommt mit schamsker in 321 oh mein gott ja wir haben den veröbeligen gefunden ok ja ok alles da ja leute das ist schon mal gut ja leute das ist echt ein ganz gutes game hier ich würde den entwickler so eine daumen doch umgeben hier das ist echt ein gutes game hier der mal gemacht hat hier ja ja so sieht das gut aus hier oh what the fuck what the fuck ist das warum läuft da in dem hintergrund der gambo der exil ok alles klar ja ok ja und das ist ja das ist das alles der zahl heute kommt kein sponsor weil ich ja keine lust habe ich habe nur angekündigt hier und ja ich habe bei obi es schauen da ist auch noch der gut ihr schreibt einfach in google suche obi es ist das abkürzung für das abkürzung für opus bios ist what the fuck okay holy shit what the fuck holy shit oh my god ihr könnt nicht sehen weil es ist auch bei mir schwarz warte mal kurz ich mach mal kurz eben die Einstellung für das Licht machen oh my god das sieht schon mal ein bisschen scheiße aus das sieht schon mal ein bisschen scheiße aus ja ich glaube das ist das die End von der Griming der exe das gibt noch ein Abschnitt aus der Entwickler um this is not the game this is by all of a sudden an amazing work for gumbo this could be lost the whole game by credit games I'd create this more than this game but I can't this over the character and the textures as always thanks for playing on the next time yo 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 Leute was war das denn für scheiße hier alter was war das denn das war echt das große verdammte scheiße hier yo Leute hoffentlich dass euch das Video gefallen hat lasst einen Daumen hoch da abonniere nicht vergessen und aktiviert die Glocke und kann die Videos schon verpassen schau meine letzten Videos vorbei und meine Playlist dazu und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann sage ich euch auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und tschüss Leute euer Peter der Killer Outro